Hallo, Lukas. Ich spiele heute dein Lieblingslied. Es ist ein guter Tag zum Rausgepackt, die gute Laune ein. Hier am Himmel ist Gold, du wirst schon sehen, wir werden geborgen sein. Es ist ein guter Tag zum Sterben, doch dazu haben wir Zeit. Hier auf Erden für die Erben ist jedoch nicht nur die Ewigkeit. Doch mit dir wird alles anders, Ewigkeit ist aneinander. Metaphysisch ineinander, selbst der Tod wird in Gefahr. Neben dir fände ich den Großteil meines Friedens, du bist allein und wunderbar, berufst es Tag für Tag. Schaffst mir neue Perspektiven und lernt es mit Ulibe. Weil du Nachtung nicht gewacht hast, bin ich da. Weil du Nachtung nicht gewacht hast, bin ich da. Es ist ein guter Tag zum Träumen, die Gedanken sind jetzt frei. Deine Aura wird beschäumen, wie der Herd ist am Freien. Deine Träume sind der Rotwort für meine Sonne und Melodie. Deine Hände sind der Rotwort für das Blut der Gegner drin. Deine Hände sind der Rotwort für die Erden. 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 Und jetzt Solo. Deine Hände sind der Rotwort für die Erden. Deine Hände sind der Rotwort für die Erden. Deine Hände sind der Rotwort für die Erden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020